nichts mehr okay das wird jetzt schön stufe aufgestiegen der schießt in der richtung wo keiner ist auch nicht schlecht äh ich speichere hier mal ganz kurz äh ich hab hatte ich das genommen? endloser zorn? ja kann sein ich weiß das nicht mehr ach ne das kann ich nehmen äh schaden den ghoul verursacht wird mit tod als zornkraft angerechnet äh ghoul versucht bei feind im umfeld zu durch feuer schaden tod umringt sich mit einem nekromann schild der seine verteidigung um seinen widerstand äh äh verbessert kostet 302 punkte jay schaffe teuer ähm ich würde sagen ich schaue hier nochmal hoch ich habe keinen punkt mehr ein punkt nur warte mal äh ne komm wir nehmen die hier anlegen ja was haben wir hier verteidigung sinkt dadurch aber nur um fünf verbessert die anderen sachen aber ist das gut ist schlecht ok spei- speichern äh was haben wir hier gar nichts kommen wir auch nicht mehr hin genau wie da wo haben wir denn die viecher noch zum abknallen was ist das ist gar nichts kann man einmal im kreis drinnen wie cool sowas ist doch schön einmal im kreis zu trennen und hier ne 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 auch nichts guck mal was da ist da ist ein hässliches missvieh nicht nur eins der feiner der die attacke dann stimmt ja voll erledigt btf was soll das denn koste oben ist kann ich hier unterschießen hätte auch geleuchtet dann von hier aus kommt auch nicht hoch nach kummer einer ich muss mir jetzt nur die tür öffnen jetzt komme ich ja nicht weiter so ab nach oben mit ihr nein du solltest nicht hochrennen ach guck mal zack aha scheinlich hast du daran schmeißen und einmal ich würde schon sagen sagt nicht die reutern direkte rein nö ich muss sie ja noch nicht ob ich so jetzt ah ich muss nur einmal drucken hey bewegt dich doch mal geht doch und rein mit ihr und weiter namen zu man zu was passiert jetzt doch noch was für beschissene wütze kommen jetzt schon wieder da komme ich nicht hin kann ich gleich gucken ach guck mal an da kann man auch unterspringen komme ich denn hier weg ich springe aber runter und weiß nicht wie ich hier wegkomme ach so na dann wie geht das mit dem stein komm legt mich keine lust da bin ich jetzt runter gefallen und das nix hier war auch noch nicht ja jetzt doch noch ein gegner noch mal so nicht verweckt war erschreckend hier folgen ach guck mal da ist noch einer also so hat er die wache warte mal ich muss wahrscheinlich mal was machen ähm so solche dinger sind das ach ja falsch cool noch eine nummer besser hey du da ach jetzt habe ich die dinge abgelegt toll und die wache das habe ich die nehmen toll nicht jetzt nicht blöd äh hups ich drück mal noch falsch was ist das denn ach war natürlich die falsche die hier hatte ich was anderes nur zum bloggen da mir auch nicht lala 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 und dass sie fein es haben wir hier sind an schule j die 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 und über über und freundessen äh da hinten muss ich mal kurz runter ganz kurz runter springen ok naja keine ahnung was für das für ein geräusch nein ach man ey toll und schon wieder ganz unten gelandet wo hat er mal was ist das denn hier was ich jetzt erst was gibt es denn hier naaa was gibt es hier schönes ein kleines verstecktes irgendwas oder wie wo bin ich denn hier gelandet ja ja wow echt wo bin ich hier denn gelandet nur irgendeinen raum wo nix ist oder wie hä hä komm ich da nicht hoch ne muss ich hier wieder durch toll dann soll ich mal schneller klettern nicht so lange brauchen dafür ätzend immer nur alles so ätzend was ich nehme ja gleich schon eine stunde auf what the fuck Hilfe ach man ey das geht immer so ratzfatz hatzi fatzi bumzi 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 umzi komm dann geht er hoch hopp 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 und hopp und hopp was das so ein ding ist da plump meins ach da kommt man runter achso aber jetzt heißt er wieder und tschüss wieder nach unten ach man so der nice ist hier hoch da ist das sind nur Gegner mehr auch nicht ohne irgendwelche gefäße die es hier dazu stören können soll ich ja mehr auch nicht ah ja was ist das mal für ein geräusch zack nein 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 so geht auch miau so jetzt aber was das auch immer ist eine seite aus dem buch der toten achso was ist das ding wovon ich zehn stück sammeln muss und ich dachte das wäre was anderes iiii schlecht ach komm und wieder runter immer wieder dasselbe da wieder hoch 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 runter hoch runter hoch hoch runter 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 hoch naja dann gehen wir gleich durch das durch die tür dass wir endlich mal weiter kommen und ich geschlagen zehn stunden hier an eine stelle rumhängen jepp zehn stunden nach geht das was ist das okay achso das muss es zum fließen bringen zum fließen was haben wir hier na was haben wir da so schönes da na ja handschuhe doch nicht sowas was ich nicht gebrauchen kann achso bam 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 hm hm ach komm hier nerf korrekt komm sack erledigt da muss ich durch und da kommen wir erst drüber wenn der wasser ist okay ach nee hier soll ich lang na dann gehen wir mal hier lang wenn er aber das so befiehlt dann gehen wir hier lang und da ist auch nichts drin dort aha mir ist ne truhe och und hier tauchen natürlich gegner aus ach komm sterb doch mal dann jetzt sterb komm wieso habe ich denn so wenig money Was ist das? Ich glaube eher nicht. Nee. Autsch. Bam. Haha, hab nicht gekriegt. Ups. Ich sollte das auch gleich noch rufen. Dein Konzentrier, das fiel sich nämlich nur darauf. Und nicht auf mich. Hey, was ist das? Achso. Energie. Hey. Feuerstelle. Zack. Was haben wir denn hier so schönes drin? Oh, reist auf. Ah, ne Rüstung. Guck mal, ne neue Waffe. Ey, die ist sogar besser. Das ist gut. Anlegen. Ach, ne Hose ist das sogar gewesen. Komische Hose. Ist hier noch irgendwo was? Ähm. Ehm. Ne. Ah ja. Ach. Die sind trotzdem noch gewesen. Bam. Ach, da ist noch was. Die sind zu zertrümmern. Zack. Das hier noch. noch irgendwo was. Ne. Das war's. Da heißt das eigentlich aufs Wasser fließen lassen. Nehme ich Grunde noch auf? Jo. Ich weiß auch nicht, immer noch nicht, warum das letzte Mal nicht aufgenommen hat. Wobei ich mir sicher bin, dass ich auch angemacht hatte. Hm. Naja, auch egal. Passiert halt. Fehler sind menschlich. Ohne Fehler wäre alles langweilig. Wurde ich mal so sagen. Bam. Haha. Aha. 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 Oh, jetzt hat er mir auch noch weh getan. Aha. Zack. Und. Komm. Und. Weg mit dir. Was ist das? Es war's. Ich hör da was. Und es war einfach nur, wenn ich gestorben sind. Gott. Mehr auch nicht. So. Jetzt passiert irgendwas. Es passiert irgendwas. Weiß ich jetzt schon. Oder noch nicht.